Der Krieg ist vorüber. Die Kilrathi besiegt durch die Konföderation. Es herrscht Frieden und Wohlstand. Aber die Wunden der Vergangenheit heilen nur langsam. Und ein gefürchteter neuer Gegner hat das Licht der Welt erblickt. Und jetzt greifen sie uns an! Getrieben durch die Gräuel des Krieges verbreitet ein wahnsinniger Angst und Schrecken unter den Unschuldigen. Sie werden sich wünschen, mir nie begegnet zu sein. Das tue ich schon. Die Helden von einst treten erneut in den Kampf, dessen Sieger das Schicksal der Menschheit für immer bestimmen wird. Mark Hamill, Malcolm McDowell und Tom Wilson begeben sich auf eine epische Reise, die das Schicksal der Menschheit auf den Kopf stellt. Und die in deinen Händen liegt. Wing Commander 4 Der Preis der Freiheit Remastered